Jetzt kann man Sie wählen, Herr Strache, weil man die Zuwanderung stoppen will. Kann man Sie auch wählen, wenn man mehr im Geldbörsel haben will? Na selbstverständlich, denn wenn es darum geht, dass endlich die untersten Einkommenschichten, die wirklich als Vollzeitbeschäftigte schuften, hacken, bis hin zum Mittelstand, heute die Leistungsträger, in Wahrheit ausgesackelt werden und in Wahrheit erleben, dass sie die Dummen sind, dann muss sich dort was ändern. Und dann muss es endlich auch steuernd Lastungen geben, wo wir Mindestgehälter für Vollzeitbeschäftigte von 15 bis 1700 Euro monatlich auch sicherstellen, wo aber auch die Unternehmer endlich bei den Umsätzen wieder mehr Gewinne haben. Und da müssen wir sicherstellen, dass einmal endlich beim rotschwarzen Verwaltungsspeck eingespart wird.